Hallo und guten Abend. Willkommen beim Fahrreport mit Berichten aus der Fahr, dem besonderen Stadtteil in Bremen. Die bunte Fahr, eine Freude für Bewohner. Die Themen. Quartierswerkstatt Bildung Fahr, zweites Treffen. Bericht von der kurzen Beiratssitzung im März. Schüler der KSA debattieren mit Prof. Dr. Ulrich Brandt aus Wien. Creative Space Container Fahr stellt sich vor und sucht Ideen. Kurzbericht vom Quartiersforum im März, Kinderflohmarkt im Bürgerzentrum, Frühlingsfest im Treffpunkt Waschhaus. Dieses Mal startet die Quartierswerkstatt Bildung mit verschiedenen Impulsen von der Stiftung für Bildung sowie der Behörde für Bildung. Gemeinsam mit der GEWOBA und dem VHW Bundesverband Berlin gab es die zweite Quartierswerkstatt Bildung Fahr. Vertieft werden sollten Perspektiven und Ansätze zur Weiterentwicklung der Bildungslandschaft in der Fahr. Den Bericht von der ersten Werkstatt finden Sie auf fahrreport.de und Suchwort Quartierswerkstatt. Die Veranstaltung startet mit verschiedenen Impulsen von den Stiftungen für Bildung sowie der Behörde für Bildung. Sabine Süß, Leitung Koordinierungsstelle Netzwerk Stiftungen und Bildung Berlin, begann mit dem Impulsvortrag Gelingensfaktoren von Bildungslandschaften. Es folgten eine Podiumsdiskussion und anschließend vier Themengruppen. Zum Abschluss stellten die Gruppen jeweils ihre Ergebnisse vor. Einige kurze Ausschnitte. Worum es heute geht. Wir waren nämlich im Oktober bereits schon einmal hier und sprachen damals über Möglichkeiten und mögliche Konzepte von Bildungslandschaften. Und da haben wir eben mal geguckt, was eigentlich schon da ist und wo es eigentlich auch noch hingehen kann. Es war eine spannende Veranstaltung. Verschiedene Konzepte wurden da vorgestellt, diskutiert, verschiedene Perspektiven. Ganz, ganz viele Themen sind aufs Tableau gekommen. Es ging um das Thema kulturelle Bildung, es ging um Sprache, es ging um Sport, es ging auch um digitale Möglichkeiten der Bildung und sind dann im Nachgang mit einigen Akteuren hier aus der Fahrt nochmal intensiver ins Gespräch gekommen. Dabei ist es rausgekommen, dass man an so vier Themen besonders intensiv diskutiert. Das ist auch so die Idee des heutigen Tages. Wir wollen nämlich mit Ihnen über den Bereich Kita und Schule sprechen. Wir wollen mit Ihnen über den Bereich der nonformalen Bildung sprechen. Also alles von der Jugendhilfe, über Bibliotheken, über die Volkshochschulen, über verschiedene Bildungsprojekte, über den Themenbereich Sport. Auch nochmal intensiver sprechen. Diese ganzen Themen brauchen natürlich eine gute Grundlage. Deswegen sprechen wir mit Ihnen auch über Ressourcen. Zeitliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen, Person Power, also welche Personen braucht man dafür. Das ist ein weiterer Themenbereich. Und dann geht es eben auch nochmal um das Thema Orte. Also wie ist es eigentlich um die Bildungslandschaft in der Bremer Fahr bestellt und wo können wir die eigentlich gezielt und gut weiterentwickeln? Da haben wir ein kleines Programm zusammengebaut. Heute haben wir halt vor, vier Verantwortungsgemeinschaften schon mal auf den Weg zu bringen und zu überlegen, naja, was genau können wir denn in der nächsten Zeit hier entwickeln? Und das andere, das ist, wie können eigentlich die guten Angebote, die es im Bereich Sport gibt, die es im Bereich Kultur gibt, wie können die eigentlich an die Eltern, an die Schülerinnen und Schüler gut vermittelt werden? Netzwerkschiftung und Bildung ist ein Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Akteuren, Stiftungen, Vereinen, private Initiativen, alle, die im Gemeinnützigkeitsbereich für Bildung etwas machen und zwar entlang des lebenslangen Lernens. Also jetzt hatte Frau Süß und auch Sie, Herr Beck, Sie hatten ja von Bildungs- und Zivilgesellschaft gesprochen. Was ich wirklich nochmal in den letzten Jahren als sehr, sehr entscheidend empfinde, ist, dass wirklich Bildung von Anfang an ein Thema ist. Also dass wirklich Bildung, wir hatten das kurz im Vorgespräch auch schon gesagt, in der Kita anfängt. Das ist einerseits eine große Herausforderung, auf der anderen Seite eine unglaubliche Chance, an Eltern zu kommen. Und wenn ich an Eltern komme, dann komme ich auch an jüngere Kinder, an ältere Kinder und kann in die Familie hineinwirken. Und wir erleben es ja, dass die Eltern in erster Linie, je jünger die Kinder sind, desto mehr Vertrauen aufbauen zu den Menschen, mit denen sie zu tun haben, weil sie natürlich auch in der Verantwortung für ihre Kinder eine gewisse Offenheit haben. Und diese Chance muss man nutzen und das ist die ganz, ganz große Chance letztendlich der Grundschulen. Und das ist hier die große Schnittmenge. Aber ich darf kein altes, etabliertes Bildungsverständnis haben, dann komme ich keinen Schritt weiter. Sondern ich muss wirklich weit denken und die Kitas bezeichnen sich als Kinder- und Familienzentren, die Schulen sollten sich eigentlich entsprechend auch so bezeichnen oder es jedenfalls so begreifen. Das hat aber auch die ganz große Herausforderung, dass man in unglaublich viel Vorleistung gehen muss. Da will ich jetzt aber nicht näher darauf eingehen, weil das wäre etwas, was einerseits total spannend ist, aber auf der anderen Seite auch Möglichkeiten und Grenzen aufzeichnen. Wie ist es überhaupt mit den Erwachsenen, insbesondere dann aus schulischer Sicht mit den Eltern, die da sind? Und wie können wir die erreichen? Erreichen wir die überhaupt? Was sind Faktoren, um sie erreichen zu können? Und haben dann plötzlich festgestellt, dass alle Einrichtungen gerne, die irgendwas mit Kindern und Jugendlichen machen, dass die große Probleme haben, an die Erwachsenen ranzukommen. Bei dieser Beiratssitzung haben wir mal nur schöne Themen, so Ortsamtsleiter Ralf Möller. Die Tagesordnung war ungewohnt kurz, der offizielle Teil ging schnell. Ein Anwohner der August-Bebel-Allee beklagte, dass er recht viele Strafzettel bekomme, weil er wie andere Bewohner im Bereich der Bushaltestelle parken würde. Andere Parkmöglichkeiten in der Nähe der Wohnung gäbe es nicht. Er möchte, dass die BASG-Busfahrer so führen, dass das Parken möglich bliebe. Bernd Siegel antwortet, dass es eine der am meisten zugeparkten Haltestellen sei. Behinderte hätten Probleme auszusteigen. Die Parkmöglichkeiten seien schwierig, aber nicht zu ändern. Herr Simon erinnerte an die Vorschriften und sagte dazu, entweder suche er sich einen genehmigten Parkplatz oder er bezahle die Strafzettel. Ralf Möller kündigt eine Sanierung der Fernwärmetrasse Ost an. Von 2024 bis 2029 soll die Fernwärmetrasse vom Heizwerk Fahr bis zum Heizkraftwerk Hastit erneuert werden. Ein 10 Meter breiter Arbeitsraum sei erforderlich. Weitere Informationen sollen später folgen. Dirk Stöver stellte zwei Projekte vor. Die Fahrer Löwen beantragen für Bewegt durch das Jahr 2023 und für den Löwenpokal 5.100 Euro. Spiellandschaft Stadt e.V. beantragt für bespielbare neue Fahrnord 2023 bis 2024 3.485 Euro. Beide Anträge wurden wohlwollend zur Kenntnis genommen. Als nächstes berichtet Uwe Käsebier über das Vitalbad. Er beginnt mit den Problemen der Verzögerungen mit unterschiedlichen Gründen. Was wurde in den drei Jahren gemacht? Wenn wir dann angucken, dass wir von dem halben Jahr, das wir an Umbau und Sanierung festgelegt haben, knappe zwei Monate nur drüber lagen, ist es natürlich im Gefühl der ganzen drei Jahre eine lange Zeit, aber für die reine Bauzeit eigentlich ein schnelles Vorankommen gewesen. Was haben wir jetzt gemacht? In dem Bad, was Sie jetzt vorne sehen, Sie ja an der unteren Ecke die neuen Fliesen, der Boden war von Anfang an nicht so richtig beschaffen für ein Bad. Das heißt, es gab da Höhen und Tiefen, aber in einer falschen Stelle und auch entsprechende Abläufe waren nicht. Wir haben einige nachgerüstet, die waren nicht genau an der Stelle, wo wir sie hinhaben wollten, wodurch dort auch das Wasser stehen blieb. Es war so schwierig, das zu reinigen, das immer vernünftig zu halten. Und wer das Bad kennt, hat gesehen, es war kein Dreck, aber es kamen so mit der Zeit einfach Flecken da rein. Es sah nicht mehr so schön aus. Dazu wurden, wie gesagt, die gesamten, die ganze Fliesenfläche, das ist das Erlebnisbecken und im Sohlebeckenbereich komplett und auch in der Empore, wo das Planschbecken ist, komplett abgenommen. Ein Teil der Seitenfliesen der Becken und auch die an den Wänden waren dann einige Fliesen auch überholungsbedürftig. Und man kann das hier so ein bisschen erkennen, wir haben ein neues Muster da drin, da war ja früher auch die Kunstbeleuchtung, die abgängig war. Das hat alles Löcher geschaffen, das musste jetzt neu gemacht werden. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Dann ist also der ganze Boden, man konnte da jetzt auch nicht, muss man sich vorstellen, das ist alles sehr knapp, man braucht da einen Ablauf. Da kann man nicht meterweit oben anfangen, tief runter gehen, das war Millimeterarbeit, um dann eine wirklich vernünftige Absenkung dort zu schaffen. Dann ist das eigentliche Projekt, nämlich die Decke erneuert. Zur Erklärung, da waren vorher, das hat man früher so gemacht, zur Dämmung und zur feuchtigen Aufnahme so Puffer aufgebaut, die auch nicht unbedingt mehr den heutigen Gesundheitszustand entsprechen. Die wurden alle abgeschafft, die Decke wurde neu abgehängt und wir haben eine ganz neue Decke dort eingerichtet. Und bei der Gelegenheit auch die gesamte Elektronik, Lautsprecheranlage und vor allem auch ein neues Beleuchtungskonzept eingebaut. Und das Ganze auch den neuen oder inzwischen sich weiterentwickelnden Regelungen der Brandschutzordnung und so weiter angepasst. Das Planschbecken, das Kinderbecken war auch mehr als abgängig. Das gibt es im Moment noch nicht, da müssen wir ein bisschen darauf warten. Es wird ein wenig größer werden. Dazu musste dann der Boden oder von der Technik aus gesehen die Decke verstärkt werden, damit es dann auch statisch wieder funktioniert. Und in der Technik bei uns unten sind dann auch etliche neue Leitungen verlegt worden, damit das also mit dem Ablaufen auch gut funktioniert. Als zusätzliche Sache kann man da hinten gerade noch ein bisschen am Rande sehen. Wir haben vorher mit Wägen gearbeitet, wo das Kursmaterial drin war. Da haben wir jetzt einen richtigen kleinen Raum bekommen. Dort wird auch noch eine Tür eingerichtet, auf die warten wir noch. Und wir haben für die Kursleiter, die sonst immer nur zur Hälfte zu sehen waren, weil die, die sich im Wasser befanden, haben ja nicht über den Rand weggucken können. Die haben jetzt eine Empore, auf der sie ihre Bewegung auch deutlich sichtbar für die Kunden vormachen können. Es ist, wie Sie schon sagten, wirklich hell geworden, das Rieb. Ja, wir haben versucht, so schnell wie möglich ranzugehen. Wir sind mit den Kursen schon Anfang des Jahres wieder Stück für Stück in Betrieb gegangen. Das konnte man handeln, weil wir dann auch nur kleine Gruppen und immer zu ganz speziellen einplabbaren Zeiten durchs Becken schleusen mussten. Das ist in der Öffentlichkeit ja nicht ganz so. Und haben es dann jetzt am 24. Februar dann auch geschafft, auch wenn noch nicht alles so perfekt ist, haben gesagt, wir wollen nicht lange warten. Sie haben auch lange gewartet, so das haben wir auch für die Öffentlichkeit wieder geöffnet. Geändert hat sich, wir haben an vier Tagen von sieben Tagen für die Öffentlichkeit geöffnet. Wir hatten es vorher so ein bisschen Kuddelmuddel hin und her. Das war für uns personell auch teilweise sehr schwer zu handeln. Wir haben jetzt also den Dienstag und den Freitag komplett und Samstag und Sonntag ist so geblieben, wie es früher auch war, auch für die Öffentlichkeit geöffnet. In der Diskussion gab es Nachfragen und Anregungen. Vom Familien- und Quartierszentrum sind drei Damen gekommen, um das FGZ vorzustellen. Mit leichten technischen Hindernissen gelang es dann doch. Neben den detaillierten Informationen gab es noch einen kurzen Film. Ja, hallo, ich bin Sabine Fiebrock und ich leite hier im Haus den Offenen Elterntreff. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil ich hier über die Jahre sehr viele neue Leute kennengelernt habe aus den unterschiedlichsten Nationalitäten. Auch viel Neues gelernt habe und auch sehe, dass hier Freundschaften entstehen und das macht mir richtig Spaß, das zu begleiten. Mein Name ist Julia Fleige-Völker. Ich arbeite im Familien- und Quartierszentrum Mehrgenerationenhaus. Die Arbeit hier macht mir wahnsinnig Spaß, weil ich intergenerativ arbeite und immer wieder neue Projekte entwickeln kann. Christoph Buse, ich bin hier als Vertreter der Evangelischen Kirchengemeinde, Träger mit im Haus. Und wir freuen uns über die vielen praktischen Hilfen, die hier die Bewohner im Stadtteil bekommen und die Beratung und die Treffpunkte. Mein Name ist Jörn Rabenberg und ich bin hier erster Vorsitzender im FQZ. Ich arbeite hier so gerne, weil ich ein super tolles Team habe und weil wir hier viel für die Menschen im Quartier und im Stadtteil durch unsere Arbeit erreichen können. Ja, moin, ich heiße Silke Frey. Ich bin hier die Haus- und Projektkoordinatorin vom FQZ MGH. Ich arbeite total gerne hier, weil ich es toll finde, dass wir so viele Angebote haben, wirklich von 0 bis 99 Jahren. Eines meiner Lieblingsangebote ist das Upcycling-Angebot für Kinder. Ich finde es auch super, dass wir so viele Peste veranstalten. Über 24 Globalmittelanträge hatte der Koordinierungsausschuss bereits beraten. Jetzt musste der Beirat sein Votum abgeben. Die Empfehlungen des Ausschusses wurden einstimmig angenommen. Mit Prof. Dr. Ulrich Brandt aus Wien starteten die Schüler der KSA ihr Projekt KSA debattiert mit. Thema Postwachstum. Ein gutes Leben für alle. Zukunft im Foyer der KSA. Die Schüler feierten. Viele Mädchen waren lustig oder festlich angezogen. Plötzlich verstummte die Musik und wenige Minuten später war das Foyer umgestellt. Eine Seite für den Vortrag. In der Mitte das Podium. Rechts und links die Sitzreihen. Schulleiter Christian Sauter führte in das Thema ein. Es folgt ein interessanter Vortrag von Prof. Ulrich Brandt von der Universität Wien. Ulrich Brandt, ein Soziologe, der im deutschsprachigen Bereich einer der wichtigsten Denker ist, die sich mit dem Thema Postwachstum auseinandersetzen. Und ich glaube, dass wir mit dem Thema Postwachstum eines der drängendsten haben, dass für euch alle miteinander noch viel, viel drängender wird, als es für mich alten Heini hier vorne wird. Weil wir merken, dass wir mit dem Umgang mit der Erde an ganz unterschiedlichen Stellen an die Grenzen kommen. Und diese Wachstumsideologie, mit der ich noch groß geworden bin, und zwar ungebrochen groß geworden bin, die führt an immer mehr Stellen zu immer größeren Problemen. Und damit werden wir, und damit werden vor allem auch ihr, umgehen müssen. Und das ist nichts, also ich bin jetzt hier kein Apokalyptiker, aber es ist eine von Herausforderungen, die wir haben werden. Und ich glaube, dass es für uns alle ganz besonders wichtig ist, da nicht irgendwo reinzuschnudern, sondern uns Gedanken zu machen, um zu gucken, wie wir dann auch in unserem täglichen Leben, auf der einen Seite, aber eben auch auf der politischen Ebene, wie wir damit diese Herausforderungen umgehen. Und wir wissen alle, es gibt ja so ganz Kleinigkeiten, überlegt doch mal, was ihr konsumiert und wie ihr konsumiert. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, dort die Überlegung zu hören von unserem Gast heute, von Ulrich Brandt. Und ich freue mich vor allem dann, nachdem wir erst ein Unpunkt gekriegt haben, freue ich mich vor allem auf eine lebhafte Diskussion und wünsche uns da alle miteinander ganz viel Erkenntnis. Ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Was ich sage, auch sprachlich. Ein paar Paradoxien, also ein paar Ambivalenzen, mit denen wir heute leben, das ist sozusagen meine Ausgangsbeobachtung. Gerade was eure Generation angeht, wo ja viele auch durchaus ökologisch sehr bewusst sind. Dann gibt es eine bestimmte Form, denken wir jetzt an die deutsche Bundesregierung und andere, auf diese Krisen, vor allem die ökologische Krise, aber auch die anderen Krisendimensionen zu reagieren. Das ist eine ganz kurze zweite Bemerkung, sehr zugespitzt werde ich das machen. Und dann möchte ich drittens, aus meiner Sicht, in meinen Forschungen und auch den Büchern, die ich publiziere, eine Hauptursache, warum wir so schwer aus diesen Krisen rauskommen. Und was das auch mit uns zu tun hat, darstellen, das nenne ich mit einem Freund, Kollegen in Berlin, Markus Wissen, die imperiale Lebensweise. Das will ich kurz ausführen, was das bedeutet, dass ihr das mal gehört habt, dass wir die Diskussion vorbereiten. Und dann im letzten und etwas längeren Teil komme ich auf dieses Thema Postwachstum, gutes Leben für alle. Danach ein kurzer Umbau und acht Schüler und Schülerinnen beginnen sehr intensiv mit dem Professor zu diskutieren. Die vollständige Veranstaltung, wie immer, auf fahrreport.de. Also es wird ja ganz viel immer über den veränderten Konsum geredet, auf nationaler Ebene, auf internationaler Ebene. Wie kann man das inklusiv gestalten, dass da auch alle daran teilhaben können, dass es auch für alle verständlich ist und nicht nur für dann die höheren Klassen irgendwie gedacht ist. Ja, vielen Dank. Das sind natürlich die ganz brennenden Fragen. Das wird sehr interessant, da ist doch so ein Konzertgeräusch dahinter. Ich will mich da nicht rausreden. Und ich hätte, wenn wir, ich glaube, wir müssen es konkret diskutieren. Wenn wir sagen, wir wollen ein anderes Bremen statt Stadtentwicklungsbremen, dann braucht es sicherlich den Druck von sozialen Bewegungen. Es braucht eine kritische Öffentlichkeit, aber natürlich braucht es dann auch eine Politik, die sich gegen mächtige Interessen im Immobiliensektor von einer autozentrierten Mittelschicht und so durchsetzt. Also wir brauchen Konflikte. Ideen für die Fahr suchten Aktive der Fahr bei der Eröffnung vom Kreativ-Space-Container. Seit ein paar Wochen steht vor der Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee ein Container. Das ist keine Klassenerweiterung, sondern der Kreativ-Space-Container. Die Gesellschaft Visionskultur ist eine gemeinnützige UG, haftungsbeschränkt, mit Sitz als Kreativhub in Bremen, Friedrich-Kahl-Straße 54, der ehemaligen Klinik. Sie möchten Projekten und Menschen mit Ideen dabei helfen, diese nachhaltig umzusetzen. Dazu begleiten sie durch Coaching, Workshops, Vernetzung, Vermittlung, Community-Aktionen, Events und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem bieten sie über 300 Projekten kostenlosen Zugang zu Räumen und Flächen, zu Technik und Equipment sowie Kontakt zu Lösungspartnern. Sie bringen zusammen, was zusammen gehört, damit jede gute Idee eine Chance erhält, sich zu entwickeln. Mit der KSA haben sie bereits einige Ideen entwickelt und wollen jetzt mit allen anderen Akteuren aus dem Stadtteil bezüglich des Containers einen Workshop zur Ideen- und Bedarfssammlung durchführen. Alle Akteure waren eingeladen, ihre Ideen einzubringen und zu schauen, wie sie den Container mitnutzen und mitgestalten möchten. Mein Name ist Marc Ruckel. Wir Kolleginnen und Kollegen sind da draußen. Naira Klöpper, Lissandro Romeo, Aline Joost und mein Kollege Hashem Gaby. Unser Schwerpunkt ist es eigentlich, Projekte, Menschen mit Ideen, von der Idee bis zur nachhaltigen Selbstständigkeit zu begleiten. Ich denke, man merkt schon, dass durch die Ideen, ich lese die mal kurz mal laut vor, Daktbegrünung, Medienkompetenztraining, erneuerbare Energien, Workshops und Bau, Bedarfsanalyse mit Schülerinnen und Jugendlichen. Also Jugendliche fand ich auch sehr interessant, weil nicht alle gehen zu dieser Schule, die in der Neufahrt wohnen. Es gibt auch Jugendliche, die nicht zu dieser Schule gehen und woanders sind. Also die Beteiligung auch in der Hinsicht. Dadurch entstehen auch die Schülerinnenprojekte natürlich. Die Berufsorientierung mit Events und Workshops, Container, Anmalen inklusive, also Malen, Lackieren aus der beruflichen Perspektive inklusive Kunst als Liegenstück. Und dann geht man rüber in die Historie der Neuen Pfaden. Das heißt, es ist die Geschichte und die Basis des Stadtteils spielen auch eine große Rolle. Und Ausstellungsorten, mediale Begleitung inklusive Social Media, Straßenfeste, Wegweiser, Kulturkiosk, das war meine eigene Idee, die habe ich geschrieben, und Beteiligungsvorworte. Also ich finde, von den Ideen her haben wir uns schon irgendwo in bestimmte Richtungen hin bewegt. Das ist jetzt, sage ich mal, von der Historie über die Wegweise, über die Projekte, die hier tatsächlich stattfinden. Das heißt, es ist ein Ort, der nicht nur sozusagen in sich geschlossen ist, das geht ja jetzt komplett hier raus und auch zeitlich, auch in die Vergangenheit. Also das sind ja sehr viele schöne Sachen, die man am Ende mit Pragmatismus auch darlegen kann. Beim Quartiersforum im März gab es nur zwei Anträge und entsprechend wenig Teilnehmer. Das Forumtreffen war diesmal ein kleiner Kreis und nur zwei Anträge gab es zur Entscheidung. Es war aber nicht weniger interessant. Die Fahrer Löwen stellten den Antrag, bewegt durch das Jahr 2023. Die Fahrer Löwen möchten weiterhin über das Jahr hinweg Senioren und Seniorinnen dazu einladen, sich im Stadtteil und in der Gemeinschaft zu bewegen. Dazu möchten sie an verschiedenen Orten, zum Beispiel im Löwentreff, im Familien- und Quartierszentrum, im Bürgerzentrum, regelmäßig Sport- und Bewegungsangebote wie Sitzgymnastik, Yoga und Tanz anbieten. Dafür möchten sie 5.100 Euro haben, was auch genehmigt wurde. Spiellandschaft Stadt möchte wieder für bespielbare neue Fahrt Nord 2023-2024 3.485 Euro haben. Es ist die Fortsetzung bzw. der Ausbau von Spielangeboten für Kinder und Familien im öffentlichen Raum, mit dem Ziel, Kinder und Eltern dafür zu begeistern, Spiel und andere Flächen, vor allen Dingen draußen, um sich dort zu bewegen. Auch diese Förderung wurde bewilligt. Die Gelegenheit, Platz für Neues zu schaffen und auf Schnäppchenjagd zu gehen. Die vielen unerlaubt parkenden Autos auf dem Marktplatz waren ein Zeichen für reichlich Flohmarktanbieter. Wer nach der dunklen Jahreszeit oder beim jährlichen Frühjahrsputz schon ganz viel aussortiert hat, um Platz für Neues zu schaffen, kann diese Dinge einfach beim Kinderflohmarkt rund ums Kind im Bürgerzentrum Neue Fahe verkaufen. Von Krabbeldecke über Strampler bis zum Kinderwagen. Hier können Familien, Eltern und solche, die es werden wollen, nach Herzenslust stöbern, kaufen und selbst verkaufen. Stand für Stand wechseln Babyausstattung, Kinderkleider und Spielzeug, so ihre Besitzer. Wenn der Treffpunkt Waschhaus zur Feier ruft, dann sind volle Tische garantiert. Ihr habt die Sachen alle selber gemacht? Ja. Von welcher Schule seid ihr? Roland zu Bremen. Roland zu Bremen Oberschule. Und das macht ihr im Werkunterricht oder speziell jetzt zum Verkaufen? Nein, machen wir im Werkunterricht. Ich möchte gerne was kaufen. Was könnt ihr mir denn empfehlen? Alles. Alles. Wir würden alles her. Nein. Die Sachen haben Sie alle gemacht. Haben Sie alles gemacht? Wilhelm, hier nicht. Das. Selber gemacht. Magine, hast du dir auch eine Blume genommen? In den Balkonkästen rein. Ist doch hübsch, ne? Kann man die Foto haben? Ich hab nur mir auch zwei. Zwei. Hier hat bestimmt keinen kleinen. Wie viele haben die denn? Guck mal, du. Die Küche am Arbeiten. Jetzt läuft die Weik. Das sind alles Ihre Werke? Ja. Wie ist die Decke entstanden? Diese Decke, ich habe geschenkt für ein Tombola oder so für ein Waschhaus. Eine Spende. Eine Spende. Wie hast du denn gemacht, gestickt? Das ist Hakel. Das ist Hakel. Ich habe drei Monate gearbeitet. Was haben Sie denn heute schon alles gemacht? Ja, wir sind um 12 Uhr angefangen mit Bratwurst, Bratwurstgrillen, normale Bratwurst, auch Geflügelbratwurst für Moslems. Wir haben ja auch moslemische Mitglieder bei uns. Dazu hatten wir hier den ganzen Tisch vollstehen, verschiedenen Salate als Beilagen dazu. Jetzt war ein bisschen Unterhaltungsprogramm und wollen dann mit selbstgemachten, alles selbstgemachte, gespendeten Kuchen, Torten. Geht es denn weiter in die nächste Runde? Könnt ihr euch nicht hinsetzen und ein Stück Kuchen essen und Tasse Kaffee trinken? Ein Moment. Der Fahrreport ist Informationssystem im Fernsehen. und im Internet für und über die Fahr. Willkommen ist jeder, der etwas Interessantes zu berichten hat. Den nächsten Fahrreport sehen Sie am Dienstag, den 18. April um 18.45 Uhr. Bis dahin einen schönen Abend und eine gute Zeit.